Moin, herzlich willkommen zum nächsten Tutorial zu Escape from Tarkov. Diesmal geht es um Postman Pad und diesmal geht es um den Letter, den ihr in der Factory finden könnt. Wo der sich in der Factory befindet, zeige ich euch jetzt. Und zwar ist hier die Factory Map eingezeichnet. Ihr könnt entweder hier unten spawnen in der Offlinehalle oder hier oben an einem von den beiden Punkten. Und dann seht ihr hier schon den Bereich. Hier in diesem Bereich ist ein toter Scav, auf dem sich der Zettel befindet, den ihr letztendlich looten müsst und dann auch extracten müsst. So, wir sind jetzt hier in der Offlinehalle gespawnt. Das ist etwa hier. Wir müssen jetzt hier nur den kleinen Weg gehen und sind schon da. Das ist einmal hier lang. Und hier rechts um die Ecke ist schon das Ziel. Und das ist dieser kleine Raum hier. Schon weiter weg angeguckt. So sieht der aus. Dort oben sind die Büros und hier ist der entsprechende Raum. Hier ist nochmal eine Kiste zum Looten. Hier rechts rum. Hier befindet sich der Scav. Und dann auch der Letter. Nachdem ihr den aufgenommen habt, müsst ihr dann über eine der Gates extracten. Wenn euch das kurze Tutorial gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.